So, ein herzliches Willkommen hier mit Bocci, der eincheckt in die Wechselzone beim Ingolstadt Triathlon und wir springen einfach mitten rein ins Race Recap, was da los war am Wochenende. Wir haben schon ausführlich einen Podcast gemacht, aber es darf natürlich wie immer nicht unser Race Video fehlen, vor allen Dingen nicht, wenn wir selber racen. Und ja, wir schauen hier Bocci beim Einchecken zu, wie er sich nochmal vorm Start an der Minibar bedient und nochmal probiert, ob die Race Nutrition denn auch schmeckt und genau, Abläufe, alles einchecken, Startnummern dran, Aerohelm hinlegen. Der Einteiler ist schon angezogen, wie ihr seht und ich habe es im Podcast schon gesagt, bei mir war es wirklich aufregend, mal wieder zu racen und ich habe alle Sachen doppelt und dreifach gecheckt und sichergestellt, dass ich alles richtig hingelegt habe, die Schuhe von links nach rechts geräumt und wieder zurück nach links, habe mir noch eine Sonnenbrille hingelegt. Ihr seht, das Wetter war beim Check-In noch richtig geil, perfektes Race-Wetter und eigentlich hätte man sich nichts Besseres wünschen können. Es war nicht zu warm, die Sonne kam raus und es war einfach schön. Dass es noch anders kommen sollte, sehen wir dann später, das kann ich schon mal vorwegnehmen für alle, die den Podcast noch nicht gehört haben oder nicht mitbekommen. Was in Ingolstadt passiert ist und genau, als Registreiben, also endlich mal wieder Wechselzone für uns und danach ging es direkt in den Neo vorbereiten auf den Schwimmstart. Und ja, beim Schwimmstart war es dann so, dass ich in letzter Sekunde noch Bocki in der Ecke habe stehen sehen und zu ihm rüber gelatscht bin, ganz rechts am Bild und ich stand erst ein bisschen weiter in der Mitte. Was besser war, sehen wir gleich aus der Luft ganz schön und zwar jetzt, wenn der Startschuss hier erfolgt, ab geht's, Ingolstadt, Triathlon über die Mitteldistanz, 1,9 Kilometer stehen an. Ganz, ganz rechts, also links jetzt hier im Bild, auf der Seite rechts in Schwimmrichtung, da sind Bocki und ich gestartet und man sieht schon, in der Mitte hatte sich am Anfang ein schnellerer Zug gebildet. Zum Glück war aber Wilhelm Hirsch der schnellste Schwimmer eigentlich im Feld, was wir angenommen hatten, auch rechts bei uns auf der Seite und dementsprechend habe ich mir da direkt seine Füße gesucht und habe gehofft, dass er mich schon wieder an die Spitze bringen wird, was er dann auch gemacht hat. Das sieht man jetzt ganz gut im Bild, sofort hier, zack, da springen wir, da erfolgt der Zusammenschluss und genau in dem Moment gab es bei mir auch kurz vor der ersten Boje so eine kleine Unaufmerksamkeit. Ich habe nicht gesehen, wie die Lücke aufgeht, habe den Zweierzug vorne verpasst mit Wilhelm Hirsch und Finn Großefräse, die hier sich abgesetzt hatten und gut eine Minute auf uns die zweite Gruppe hatten. Hier als erster aus dem Wasser Wilhelm Hirsch, dann dahinter Finn Großefräse, knapp dahinter, also wirklich nur ein paar Sekunden zwischen den beiden und da kommen schon wieder Dreiergruppe aus Fabian Reuter, der dann vorgeschwommen ist, der das Loch hat aufgehen lassen, was ich leider nicht mitbekommen habe und Thomas Ott, der auch von Nils Görke trainiert wird, also sozusagen ein Coach, Teamkollege. Und ja, wenn ihr jetzt mal sehen wollt, wie man richtig aus dem Wasser rennt und wie ein kurzes Tanzter das macht gegenüber mir, dann passt jetzt mal genau auf. Ich komme hier aus dem Wasser, gehe erstmal raus, mache mir den Einteiler auf und jetzt kommt Thomas Flash Ott und schießt an mir vorbei und ja, der hat mir mal gezeigt, wie das in der Wechselzone so geht und wie man auch wechseln kann. Und dann danach kam schon Bocki Bock aus den Fluten gestiegen sozusagen und wir gehen mal mit ihm zusammen hier auf die Reise in die Wechselzone. Und Bocki hatte nur 30 Sekunden Rückstand, also richtig geil geschwommen und das war so sein normales Szenario, was er sich zurechtgelegt hatte, dass er nicht zu viel Rückstand auf uns haben wird und dann schnell einen Wechsel machen wollte, um möglichst schnell eben nach vorne aufzuschließen. Sein Ziel war da mit 340 Watt rauszuschießen aus der Wechselzone und mal zu schauen, wie verhält sich das zur Führung, kommt er näher, bleibt der Abstand gleich. Und ja, wir sehen hier den Wechsel von Bocki, da geht alles glatt, der Anzug geht auf, parallel wird der Helm aufgezogen, die Startnummer wird angezogen und jetzt hier hakelt es nochmal klein bisschen, zack, komm, nimm es raus, Rad raus und ab geht's auf die Radstrecke, wo Bocki dann sofort den Turbo gezündet hat und ja, versucht hat ein bisschen den Aufholmodus zu starten. Also ihr seht, hier alles läuft glatt und da vorne kommt jetzt die Aufsteigelinie, zack, aus Radspringen und dann geht es los und wir sind schon mittendrin auf der Radstrecke. Erst ging es rein, eine kleine Runde Richtung Ingolstadt, die fehlt jetzt hier, weil unser Filmer leider nur alleine war, das heißt, wir haben immer so ein paar Jumps drin. Danke nochmal an Tom Meyer, dass du hier eingesprungen bist zum Filmen und das hier ist schon wieder auf dem Weg aus der Wechselzone, oder aus Ingolstadt, nicht aus der Wechselzone, heraus zum zweiten Wendepunkt und das ist auch da kurz schon davor, also es ist dann quasi in die Innenstadt, Wendepunkt, wieder raus zum zweiten Wendepunkt. Das ist nicht die Hälfte der Strecke, das ist pro Runde, zwei Runden wurden zu fahren, ich glaube so ein Drittel, da hatte Bocki auch schon fast zu mir wieder aufgeschlossen. Das sieht man jetzt im nächsten Bild, gleich müsste er umschwenken, da ist er, da ist Bocki und zack, da komme ich schon. Also Bocki hat innerhalb von, ich weiß nicht was es waren, lass es 15, 16, 17 Minuten gewesen sein auf dem Rad, hat er ja schon zu mir aufgeschlossen, war an mir dran und ist dann auch direkt an mir vorbei, an mich, an mir, wie auch immer, vorbeigezogen und ich habe mich dann an seine Fersen geheftet und so ein bisschen den Lutscher gemacht und habe Bocki als Pacer genutzt und gesagt, ich bleibe hier mal dran und schaue, wie lange ich das machen kann. Aber dann gehen wir gleich mal, während man mich hier noch auf dem Rad zieht, auch mal ein bisschen nach vorne und schauen mal so ein bisschen, wie sich das Feld denn ganz vorne sortiert, ob da immer noch alles gleich ist oder nicht. Wer sich jetzt wundert, übrigens, kleiner Funfact, hier noch mein weißer Lenker, den hat Radsport Ebert gedruckt, der Lasse. Der versucht hier, oder das ist der Versuch, einen Alu-gedruckten 3D-Lenker custommäßig irgendwie in Serie zu bringen und das zu, so wurde mir gesagt, zu einem halbwegs bezahlbaren Preis, was das am Ende heißt, weiß ich auch noch nicht, weiß Lasse glaube ich selber noch nicht. Auf jeden Fall richtig geil das Ding und gab nochmal so einen riesen Motivationsboost, irgendwie so einen speziellen Lenker jetzt am Rad zu haben und den fahren zu dürfen. Das macht das ganze Rennen natürlich nochmal geiler und war richtig cool. Da nochmal ein fettes, fettes Danke an Lasse und ich habe mir auch sagen lassen, das macht sehr viel Sinn, den aus Alu zu drucken, weil das viel, 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 viel stabiler sein soll, als dieses Plastik gedruckte, wo man ja manchmal sieht, dass die Lenker ganz schön hoch und runter wackeln. Das kann ich bestätigen, ist bei dem Ding überhaupt nicht der Fall. Ja, dann schauen wir uns nach meiner Close-Up-Studie vom Lenker hier mal ein bisschen an, wie sich das Feld nach vorne sortiert. Und zwar sind da schon ein paar Leute von hinten wieder an mir vorbeigeschossen und an Bocki sind auch ein oder zwei Jungs vorbeigeschossen, die sich auf den Weg nach vorne gemacht haben. Müssten wir gleich im Bild haben und zwar ist das mit der Startnummer 5. Fabian Reuter, dem konnte ich nicht halten, also der war nach dem Wechsel, ist noch ein bisschen langsamer gewechselt als ich, ist dann in der Ingolstadt, in der Stadt, in Ingolstadt an mir vorbeigeschossen und ja, da hätte ich über meine Verhältnisse gehen müssen. Ich bin dann kurz mitgefahren, musste dann so 350, 360 Watt fahren. Das war zu viel für mich und habe ihn ziehen lassen. Der hat sich also auf den Weg nach vorne an die Spitze gemacht und überholt jetzt auch hier den, der als zweites aus dem Wasser gestiegen ist. Finn, große Fräse. Das heißt, hier gibt es einen Führungswechsel. Thomas Ott hat ihn in der Zwischenzeit auch schon überholt und hier kam von hinten noch einer nach vorne geschossen. Der hatte sogar, glaube ich, Bocki überholt. Das ist mit der Nummer 11, Yannick Stoll. Also ist, glaube ich, mit Bocki oder kurz hinter Bocki aus dem Wasser gegangen und ist wie ein Berserker nach vorne gefahren und sollte auch noch nach ganz, ganz vorne fahren. Das sehen wir später noch. Also richtig, richtig starke Radfahrt hier von Yannick Stoll. Das war krass mit anzusehen. Also der ist an mir vorbeigeschossen. Das war, keine Ahnung, so ein Geschwindigkeitsüberschuss, dass ich gar nicht versucht habe, da irgendwelche Anstalten zu machen, da mitzugehen und mitzuziehen, weil das war außerhalb von allem, was ich auf dem Fahrrad kann. Springen wir einen Platz weiter nach vorne. Da sehen wir Thomas Ott, mit dem ich aus dem Wasser gestiegen bin, der mich in der Wechselzone schon hat sowas von stehen lassen. Auf dem Rad hat er einfach genau das weitergemacht und ist am Ende die zweitschnellste Radzeit gefahren. Auch hier aus dem Team Erdinger Alkoholfrei, aus dem Perspektiv-Team. Und ja, der empfiehlt sich hier, glaube ich, gerade für etwas mehr und für etwas Größeres. Also, gutes Schwimmen, richtig krass, schneller Wechsel. Da muss ich nochmal in die Schule gehen und mir ein bisschen Nachhilfe holen. Also da hatte ich überhaupt keine Chance, wie er gewechselt ist. Und auch direkt auf dem Rad hat er viel mehr Druck gehabt, sitzt geil auf der Kiste hier, nimmt den Kopf schön runter. Alles Aero und macht sich auf den Weg an die Spitze. Also, Thomas, richtig, richtig geiles Rennen von dir. Großes Kompliment. Das war mehr als beeindruckend und stark zu sehen. Und wir sehen es auch gleich. Thomas, kann ich auch vorwegnehmen, wird auch noch aufschließen auf Wilhelm Hirsch, der als erster aus dem Wasser gestiegen ist und ganz, ganz, ganz lange auch die Spitze für sich in Anspruch genommen hat. Und ja, an der Spitze sollte sich dann noch einiges tun, bis es dann zum Laufen kommt. Das sehen wir dann aber gleich natürlich noch, wenn wir hier die Studie von Thomas noch sehen, der auf der flachen Strecke in Ingolstadt, also flach ist zwar ein paar Hügel drin, ein bisschen kopiert, aber alles in allem kann man sagen, die Strecke ist so eine richtige, richtige Drückerstrecke und ja, das ist einfach geil. Also, die Radstrecke würde ich mir eine malen können, für mich perfekt. Leicht hoch runter, immer Vollgas und hier im Bild jetzt vom Pro Team Hotel Jakob, jemals Team Mornwirt umbenannt worden, sehen wir Wilhelm Hirsch, der nicht nur als erster aus dem Wasser gestiegen ist, sondern sich dann auch als erster aufs Rad gemacht hat und ihr seht, jeder hier wirklich, ich glaube, die erste Runde fast komplett alleine unterwegs, super, super, super faires Rennen. Es hat sich sofort alles irgendwie auseinandergezogen und keine großen Gruppen oder sonst was, was es da gab, sondern jeder war auf sich alleine gestellt und ihr seht es hier noch, das Wetter ist noch total gut, die Straßen sind trocken und das sollte sich gleich im Laufe des Rennens sowas von ändern. Wir sehen jetzt nochmal hier alle durch, Thomas Ott auf zwei, Yannick Stoll auf drei, dann Fabian Reuter nochmal hier und dann Finn große Frese und hier kommt dann Bocci und der Lutscher Staggenborg, der hier an Boccis Hinterrad klebt und da sieht man schon, es wird nass. Also hier kamen die ersten Tropfen runter und die Temperatur ist sowas von gedroppt und hier hat es jetzt schon richtig, richtig schön geregnet. Das ist jetzt Richtung zweite Runde, also vorbei an der Engstelle, wo es quasi auf die zweite Runde oder wieder hin zur Wechselzone geht und wieder Richtung zweiten Wendepunkt in der City in Ingolstadt. Und der Regen hat eingesetzt, der hat nochmal ganz kurz gleich aufgehört, wenn wir wieder nach Ingolstadt reinkommen, aber sobald es da wieder rausging, ja, war es einfach nur noch kalt, zwischen 8 bis 10 Grad, richtig, richtig Sturzregen, die Füße waren nass und was wir jetzt hier sehen, Thomas Ott fährt ran an Wilhelm Hirsch und vorne ist Wilhelm nicht mehr alleine, sondern Thomas hat aufgeschlossen. Ich habe schon gesagt, er ist die zweitschnellste Radzeit des Tages gefahren. Ich glaube, der schnellste, habe ich jetzt gar nicht die Zeit genommen gehabt, es war nicht viel, viel schneller. Das war eine krasse Radperformance von Thomas und normalerweise denkt man ja hier, kleine Leichtathleten, die haben im Regen dem nicht so viel entgegenzusetzen. Thomas und Wilhelm, die beide nicht die schwersten und größten Athleten sind, kann man jetzt mal einfach so sagen, beweisen uns das Gegenteil, das sind einfach harte Jungs, die das hier durchgezogen haben und ja, mit die besten Splits gepostet haben, trotz diesem schlechten, super beschissenen Wetter. Hier sieht man es, es ist nochmal wieder kurz trocken in der City und dann geht es nachher wieder raus. Also hier, Thomas Ott hinter Wilhelm Hirsch, die beiden in der Führung haben aufgeschlossen und ja, Wilhelm Hirsch, vielleicht kennt der ein oder andere ihn noch. Wir haben beim Apfelland Triathlon letztes Jahr eine Live-Übertragung gemacht und auch dort war er schon mit Abstand der schnellste Schwimmer und ist, ich glaube, mit einer Minute oder anderthalb Minuten Vorsprung vor Maurice Clavell und die ganzen Jungs aus dem Wasser gestiegen. Dann jetzt hier mit der Nummer 11 wieder Yannik Stoll, der, wie ich schon gesagt habe, an mir sowas von vorbeigeschossen ist mit Warp Speed, also ähnlich wie Thomas Ott in der Wechselzone. Der hat es bis nach ganz vorne geschafft, also mit Bocchi aus dem Wasser gestiegen und hat sich hier komplett nach vorne geschoben und übernimmt jetzt auch hier direkt die Spitze und wir haben ganz vorne an der Spitze ein Dreier-Team sozusagen. Also Yannik Stoll, dahinter Wilhelm Hirsch und Thomas Ott, die beiden immer noch zusammen. Und ja, das sollte sich jetzt auch erstmal nicht mehr ändern. Wir, ich nehme es schon mal vorweg, haben gleich nicht mehr richtig, richtig viele Radbilder, weil es so stark angefangen hat zu regnen, dass unser Kameramann Tom Meyer runter musste von der Kiste, weil es nicht mehr ging, weil es zu kalt war und man einfach nicht mehr fahren konnte. Und auf der Strecke, es lagen so viele Trinkflaschen da, sonst es wurde einfach auch zu gefährlich, dass dann zu viele Motorräder ansonsten was da noch mit auf der Strecke sind. Und das Kamera-Equipment war auch so ein bisschen in Gefahr und musste in Sicherheit gebracht werden, dass wir den Rest des Tages irgendwie noch einfangen können. Also ihr seht, das Wetter wird hier immer, immer schlechter. Das ist jetzt wieder raus aus der City Richtung zweiten Wechselwendepunkt. Und ja, da geht nichts mehr. Man sieht mich jetzt nochmal einmal hier vorbei rollen und da hat es schon so scheiße mit dem Wetter eingesetzt, dass die Kameras, wie gesagt, ins Auto gebracht werden mussten. Und daher leider keine Bilder vom zweiten Wechsel. Das wäre noch witzig gewesen, wie die Leute die Helme nicht ausbekommen haben, die Schuhe nicht anbekommen haben. Also mir war so kalt, mein ganzer Unterkiefer hat gezittert, während man hier die Laufbilder von mir sieht, wo ich erstmal wieder reinkomme und ein bisschen warm werde. Ich habe, glaube ich, bei Kilometer 5 meine Füße das erste Mal wieder gespürt. Also das war wirklich, wirklich, wirklich super kalt. Fast 50 Prozent Dropout-Quote. Und alle, die ausgestiegen sind an diesem Tag, den kann man 0,000 Vorwurf machen. Bocchi ist es auch leider so ergangen. Der ist nach der ersten Radrunde musste er aussteigen, weil er völlig unterkühlt war, gezittert hat und nichts mehr ging. Und nach meinen Laufbildern springen wir hier auch beim Laufen nochmal wieder direkt an die Spitze zu Wilhelm Hirsch, der beim Laufen sofort das Heft wieder in die Hand genommen hat, einsam an die Spitze gerannt ist. Und ja, hier sah alles ganz, ganz, ganz deutlich nach einem Sieg und damit einem deutschen Meistertitel für Wilhelm Hirsch aus. Dahinter war es noch ein bisschen knapper. Da haben wir leider auch nicht so viele Bilder, sehen wir gleich nochmal den Zieleinlauf. Aber Wilhelm Hirsch schon hier auf dem Weg wieder von den zwei Stadtrunden zurück zum See, zum Zielbereich und läuft hier ungefährdet, wie ich schon gesagt habe, einem Sieg und dem deutschen Meistertitel entgegen. Also da war heute gegen Wilhelm kein Kraut gewachsen und da konnte keiner mehr gegenhalten. Also man kann eigentlich sagen, Start, Zielsieg und richtig, richtig stark und geil gemacht. Also da ist er, Platz 1, wir biegen nochmal rechts ab, dann geht es noch ein paar Meter zur Finishline und ja, Wilhelm Hirsch gewinnt hier das Rennen in Ingolstadt. Und auf Platz 2 Finn, große Fräse, der hier einläuft als Zweiter und dann stützt sich kurz auf die Knie und fast dahinter kommt dann schon Thomas Ott, der gesagt hat, dass er beim Wechsel seinen Helm nicht ausbekommen hat, die Socken überhaupt nicht anbekommen hat. Also da war es auch so, dass sich das gar nicht auf der Laufstrecke entschieden hat, sondern schon beim Wechsel. Und ja, hier schauen wir zurück, da kommt Thomas als Dritter eingelaufen. Also ganz, ganz vorne, Wilhelm Hirsch ungefährdet und dann gab es einen richtigen Kampf. Hinten nochmal zwischen Finn, große Fräse und Thomas Ott, die Plätze 2 und 3 und damit ist das Podium hier komplett. Wir springen nochmal zurück zu dem Jogger Nick Staggenborg. Ich habe mich hier mit Christoph Briegel zusammengeschlossen, der mich ganz am Anfang der Laufrunde überholt hat und mir noch zugrufen hat, ey, gegen dich wollte ich immer mal racen und einfach weggerannt ist. Aber ich habe ihn immer so ein bisschen am Horizont gesehen und es war echt eine geile Motivation. Dann habe ich ihn mal überholt, er ist mir wieder weggelaufen, ich bin wieder rangelaufen und hier, wo es jetzt Richtung See zurückgeht, ganz am Schluss, da konnte ich dann ihn nochmal stehen lassen. Also ja, das, was noch im Tank war, ich bin eine 1,25 gelaufen auf je nachdem, welche GPS-Uhr man nimmt, 20,5 bis 20,8 Kilometer, also ja, kein richtig schneller Lauf von mir, aber auch kein schlechter Lauf. Ich bin super happy mit dem ganzen Rennen, ah, überhaupt, wie ich schon gesagt habe, ins Ziel zu kommen. Da ging es 60 Prozent heute leider nicht so oder bei dem Rennen nicht so und dem kann man, wie gesagt, über, überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Und ja, ich bin hier auf meinem letzten zwei Kilometer, sind es jetzt, glaube ich, noch bis ins Ziel und man sieht, da ist nicht mehr viel im Tank, aber ich schaffe es, den Christoph noch abzustellen. Er hat mir dann noch zugerufen, dafür trinken wir noch ein Bier um die Wette im Zielbereich und da zieht er mich ab. Leider gab es nur Alkoholfreies, da wollte er sich dann nicht drauf einlassen, aber okay. Okay, im Ziel, wie gesagt, es war ein geiles Rennen, wir hatten Spaß. Es waren alle einfach nur happy ins Ziel gekommen zu sein bei den Bedingungen und wir haben uns nachher nur noch darüber unterhalten, wer wie gezittert hat und welche Körperteile er nicht mehr gespürt hat, wie man noch versucht hat zu trinken, zu schalten, zu bremsen und ja, das war einfach nur krass. Man sieht es leider an den etwas rar gesäten Bildern von der zweiten Radrunde und dementsprechend auch von der Laufrunde, weil das Wetter einfach seinem Übrigen getan hat und mehr ging leider nicht. Das heißt, wir verabschieden uns hiermit vom Triathlon in Ingolstadt und das nächste Race-Movie wird hoffentlich wieder ausführlicher. Und um es noch komplett zu machen, bei den Frauen haben wir leider keine einzige Aufnahme hinbekommen, hier mit den Bedingungen und nur einer Kamera draußen. Bei den Frauen gewonnen Lena Götzenberger, früher Gottwald, vor Anna Weinhardt und Laura Chacon. Also, das ist das Podium der Frauen und damit Tschüssi!